Na, habt ihr denn alle eure Schülchen geputzt? Herzlich Willkommen zur Nikolaus Spezialsendung. Heute wollen wir mal schauen, ob ihr nicht nur fit seid im Märchenraten, sondern auch im Weihnachtsliederraten. Lass uns froh und munter sein und uns recht von Herzen freuen. Lustig, lustig, tralalalala, bald ist Niklausabend da. Bald ist Niklausabend da, dann stell ich den Teller auf. Niklaus leg gewiss was drauf. Lustig, lustig, tralalalala, bald ist Niklausabend da. Niklaus ist ein guter Mann. Ja, und hier ist Ende. Könnt ihr mir sagen, wie diese Strophe von Morgen, Kinder, wird's was geben zu Ende geht? Ihr wisst die Antwort? Na dann, schreibt so schnell ihr könnt. Um diesen Schuh geht es heute. So, dann habe ich euch noch einen kleinen Weihnachtswitz mitgebracht. Karlchen hat zum Nikolaus ein niegelnagelneues Fahrrad bekommen. Als er am nächsten Tag zu seinem Freund fährt und das Fahrrad draußen abstellt, hängt er an den Rahmen einen Zettel. Darauf steht mit großen Buchstaben Diebstahl, zwecklos, Besitzer Henry Maske Als er abends nach Hause fahren will, ist das Fahrrad nicht mehr da. Es liegt aber ein Zettel auf dem Boden und auf dem steht Verfolgung zwecklos Neuer Besitzer Jan Ullrich Ich wünsche euch einen super schönen Nikolaus. Bis morgen. Tschüss!